Eine kleine Abmachung 1978 Dass ein professionell geführtes Radsportteam einen Mitarbeiterstab mit Chefkoch sowie Betreuern, Masseuren und Mechanikern hat, ist nichts Außergewöhnliches. Dass ein solches Team auch Paten hat, ist alles andere als normal. Willi Jossert und seine 22 Fahrer in der belgischen Formation Eisburke Gios standen seit Beginn des neuen Radsportjahres 1978 unter dem Schutz eines Paten und einer Patin. Bobbejan und Jossi Schreupen Das Künstlerpaar präsentierte die Mannschaft in Belgiens größtem Freizeitpark, dem Bobbejan-Land. Die Equipe für die Saison 1978 bestand aus 19 Belgiern, zwei Deutschen und einem Niederländer. Willi Jossert und Joss Jansens fungierten als sportliche Leiter und zum übrigen Stab gehörte noch der Niederländer Rüth Backer, ein Betreuer. Ich wollte in diesem Jahr unbedingt beim Giro dabei sein, zusammen mit Didi Thurau und im Frühjahr einige Klassiker wie die Flandern-Rundfahrt fahren. Die Entscheidungsträger in der Mannschaft meinten jedoch, dass die flämische Hochmesse für mich noch zu früh käme. Ich durfte nicht teilnehmen, passte nicht in die Mannschaft für dieses Rennen. Sie sollten Recht behalten, denn unser Kapitän Walter Godefrood gewann vor Michel Ponnontier und Gregor Braun. Ich musste mich mindestens ein weiteres Jahr gedulden, galt aber bereits als Kandidat für die wallonischen Klassiker und das Amstel Gold Race. Ende der 70er Jahre war es für uns Domestiken an der Tagesordnung, dass wir auf dem Rennrad auch schieben und ziehen mussten, sprich, wir schoben die Kapitäne buchstäblich Berge und Hügel hinauf. Franz Fairbeek hatte diese Hilfe offensichtlich nötig, und er bestand darauf, schließlich war es unsere Aufgabe. Wenn wir ihn einmal nicht anschoben, krallte er sich an unserem Trikot fest und ließ sich von uns den Hügel hinaufziehen. Er tat alles, um nur ja nicht einmal zu viel in die Pedale zu treten. Walter Godefrood, der andere Kapitän, war ganz anders. Er wollte nichts davon wissen und seine Erfolge selbst einfahren. Vor so jemandem hatte man Respekt. Für so einen Häuptling fährt man etwas härter, holt ihm gern noch eine Trinkflasche oder fährt das Loch wieder zu. Es gab noch mehr solcher Starfahrer, die das in ihrer Mannschaft gebracht haben. Man denke nur an die Weltmeisterschaft in Falkenburg 1979.